Hallo. Ich bin hier mit Jojo, um euch etwas über sie zu erzählen. Vor ein paar Jahren war Jojo in einem Tierheim. Dort wohnen viele Tiere, die keine Heime haben. Als sie Jojo gefunden hatten, hatte Jojo Herzwürmer und andere Krankheiten. Ich glaube, sie wurde nicht gequält, aber sie wurde bestimmt misshandelt. Jojo war sehr dünn und auch sehr krank. Das Tierheim hat ihr Futter und Medizin gegeben und hat sie gesund gepflegt. Jojo war sehr glücklich in dem Tierheim. Dieses Tierheim war nicht wie andere Tierheime. Jojo hat mit einer Frau gewohnt. Diese Frau war so wie eine Pflegemutter für Jojo. Jojo durfte in ihrem Haus schlafen und mit ihr zur Arbeit gehen. Die Frau arbeitete in einer Schule. Dort bringt sie ihren Schülern bei, wie man Tiere pflegt. Jojo hat fast jeden Tag den ganzen Tag mit anderen Tieren und Kindern gespielt. Wir haben nicht lange überlegt, ob wir Jojo mit nach Hause bringen sollen. Es war uns klar, dass sie gut mit Kindern war. Sie hat viel Energie, aber sie tut niemals niemandem weh. Es war nicht kostenlos, sie mit nach Hause zu bringen. Wir mussten das Tierheim bezahlen, um Jojo zu adoptieren. Wir haben sie sofort mit nach Hause gebracht. Jeden Tag spiele ich mit Jojo. Ich bringe ihr Futter und Wasser. Sie verbringt die Mehrheit ihrer Zeit in dem Haus, aber wenn ich zur Arbeit gehe, bleibt sie draußen. Sie hat Spielzeuge in dem Haus und außerhalb des Hauses. Sie kaut an manchen Spielzeugen, aber andere Spielzeuge werfe ich und sie fängt das Spielzeug und bringt es zurück zu mir. Dieses Spiel nennt man Apotieren. Normalerweise spielt sie nur Tauziehen und Apotieren gleichzeitig. Das heißt, wir spielen Tauziehen, bis sie das Spielzeug loslässt und dann werfe ich das Spielzeug. Tiere pflegen ist natürlich nicht kostenlos. Wir müssen Futter und Spielzeuge kaufen. Wir bringen sie manchmal zum Tierarzt. Ein Besuch zum Tierarzt kann sehr teuer sein, aber normalerweise müssen wir nur 50 Dollar pro Monat für Jojo ausgeben. Was wir von Jojo bekommen, ist aber das Geld wert. Sie macht uns glücklich und das kann man nicht kaufen. Wenn man mehr Videos über Hunde auf Deutsch sehen will, habe ich ein paar tolle Videos auf YouTube gefunden. Ich glaube, sie sind gut für B1 oder B2 Niveaus. Und man kann dort auch etwas über Hunde lernen. Es gibt einen Link in der Beschreibung. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.